Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ihr wisst, was das heißt. Ich kann nicht die Silling raus schmissen. Ey, Mann, nö. Das ist doch Mist. Genau, also. Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hölle in die Tätigkeit im Auge. Wenn zu viele von den Singern vorbeikommen, sind wir tot. Ich habe das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Nein! Nein! Boah! Oh, wir haben keine Minute durch, Freunde. Ich habe das Ding gleich repariert. Nur noch einen Moment. Ich ziehe einfach mal durch, ich ziehe einfach mal durch. Ich ziehe einfach mal durch. Oho, wir denken jetzt auch nicht mehr hin dürfen, ey. Die Zielerfassung ist wieder online, als uns den Weg in den wächeren Orbit freischießen. Sobald wir das Tätchen zu uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Okay. So, jetzt große Frage, wie wäre der gleiche Scheiß, oder was? Eigentlich dürfte ich nicht... Oh, aber nein, jetzt fahren wir noch besser. Oh, schwebt nach oben rum. Ach, ich würde ja nie wissen. Ende der Schwerelosigkeit. Ende des Vakuums. Da wäre man auch voll mit dem Mist. Wartet. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das Ganze weg mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Okay. Komm zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf. Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Cantra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Hau ab. Hau ab. Also eine sehr breite Fläche Waffe. Also eine sehr breite Fläche Waffe. Aber da hört es immer schon auf. Nein, Alter. Der Shop war ja auch nicht so weit weg. Ich könnte jetzt natürlich noch ganz viel holen. Ah, wenn ich die Satze unterkippe auch drauf. Und rein in die Mono-Way-Botze. Ja. 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 Ja.